Und das da ist eine Art Schamane, übrigens. Ja, immer schön Backstab. Denn gegen Backstab sind sie am anfälligsten. Genau. Sonst rackern wir uns hier nämlich tot gegen die Riesen. So, und genau das Schlachtfeld hier meinte ich. Hier wird es nämlich hässlich. Hier müssen wir gucken, dass wir durchrushen. Und alles ignorieren. Außerdem Feuerwerfer da oben. So, die Kamera war gerade nicht so gut. So, und hier durch. Haben wir schon mal das hinter uns gebracht. Hier unten liegt noch was. So, hier oben müsste ein... Genau, einer von den Keulenschwingern auf uns warten. Mal sehen, ob wir den irgendwie erwischen. Nein, der kickt uns runter. Gerade da, wo wir herkommen. Und ja, wenn es sein muss, geben wir halt nochmal den Aschenebel. Habe ich kein Problem damit. Au. Ich will dich nur von hinten erwischen, dass ich dich backstammen kann. Nein, so klappt das nicht. Vor allem, weil der ja Rundumkeule hat. Vor allem eine ziemlich böse Rundumkeule. Jetzt aber. Ach komm, ich stand hinter dir. Oh, die stand wieder hinter dir. So, jetzt aber. Naja gut, zur Not müssen wir uns halt zum Leuchtfeuer zurückporten. Und das hatte ich eigentlich nicht im Sinn. Hier hätte ich eigentlich noch gar nicht hingemusst. Verdammt. Strategischer Fehler. Ich muss hier die Leiter nämlich hoch. Wobei, ich bin doof. Dann kann ich das ja auch gleich holen. Oder auch nicht. Weil er mich rauskickt. Okay, das heißt für uns erstmal zurück zum Leuchtfeuer. Ich mach das schnell zu Fuß. Ah, Jungs. So. Flaschen sind aufgefüllt. Alles aufgefüllt. Sehr gut. Die beiden ausschalten. Das geht ratzfatz. Den ausschalten. Und eigentlich kann ich einfach reinlatschen. Kann die beiden da stehen lassen. Die sind übrigens auch erst seit Skoll of the First Sin mit dabei. Die Hüllen, die auf die toten Riesen einhauen. Die sind wohl innerlich im Kampf immer noch gefangen. Okay, schlag die Tür ein. Au. Genau, geh weg. So, stirb einfach. Jetzt muss ich mich wieder mit den beiden da draußen rumprügeln. Und vor allem mit dem Giftschleuberer hier. Au. Wow. Hab schon verstanden. Ich zieh mich zurück. Ja, und hier hab ich jetzt ein kleines Problemchen. Na, zum Glück nicht wirklich. Doch, ich hab ein Problem. Ich komm nicht hinter dich. Vielleicht hilft dir anvisieren mal was. Genau. Ja, das hilft schon was. Das hilft nur nicht, dich zu backstabben. Doch, hat geholfen. Oh, in die Ecke gedrängt werden von dir ist auch nicht nett. Die Schamanen haben zum Glück keine ganz so fiese Keule. Ist aber auch nicht schön. Okay, ich nehm alles zurück. Du hast ne fiese Keule. Und bist ein böser Giftspucker. Weißt du was? Ich töte dich einfach. Ist glaube ich einfacher, als zu versuchen hinter dich zu kommen. So, hier haben wir dasselbe Spiel wieder mit Eisentrachtsoldaten sogar dazwischen. Und dann gucken wir mal, dass wir den Soldaten vielleicht da unten ein bisschen helfen können. Indem wir die Flammenwerfer hier oben ausschalten. Ich will nämlich hier hoch aufs Dach eigentlich. So, jedenfalls den einen haben wir runtergeschmissen. Oh, den haben wir da runtergeschmissen. Was machst du denn jetzt da? Na gut, ich kriege den Tod. Der andere läuft da rum. Da läuft auch einer rum. Und die sind da beschäftigt. So, ich gehe mal mit euch vorbei. In der Hoffnung, dass ihr mich eigentlich nicht tötet. Aber ihr seid aggressiv. So, hier haben wir jetzt das große Problem, dass uns zwei Riesen im Weg stehen. Haben wir aber ganz gut hingekriegt. Da durchzukommen. Ja, da stehen ihr belichtet sich. Ist gut. Ich glaube, den dicken kann man gar nicht backstabben. Naja gut, wenn uns jetzt gleich der Aschenebel rauskickt. Kommen wir ja wieder nochmal rein. Jo. Und ich glaube, jetzt sparen wir uns das ganze Riesengetöte und waschen einfach mal durch. Das ist nämlich wirklich am einfachsten. Töten den großen Kölnschwinger am Schluss. Und ihn hier. Wow. Genau, wenn wir ihn anvisieren, können wir ihn viel leichter backstabben. Und ihm den Gnadenstoß geben. So, genau. Wie gesagt, die beiden hier werden versucht zu ignorieren. Äh, wo geht's da lang eigentlich? Ach. Auch hier runter. Das heißt, wir klettern hier ruhig hoch. Und gucken, dass wir hier wegkommen. Die Party wird mir nämlich definitiv zu heiß. Ach komm, ich bin so ein Sozial. Und werfe... Scheit für sie den Feuerteufel aus. So. So. Gut, komme ich von hier aus zufällig auch da rund. Nein, da komme ich nur wieder in die Gasse. Da wollte ich aber gar nicht hin. Oh, aber ich habe ihn schon mal wütend gemacht. Genau. Ein Schild bringt absolut nichts. Oh, wegrollen ist sicherer. Ja. Und ja, die großen, die kann man nicht backstabben, glaube ich. So. Gut, zu ihm hier wollen wir. Aber vorher holen wir uns noch das restliche Zeug, was hier rumliegt. Das dürfte alles gewesen sein. Denn das hier ist der Riese, dessen Erinnerungen wir jetzt stecken. Zum Zeitpunkt seines Todes. Also aus diesem Riesen wird nachher der Baum. Und über diesen Riesen können wir auch den Aschenebel verlassen. Gut, das hätten wir geschafft. Das heißt, wir können zurück zum Leuchtfeuer hochrasten und uns den nächsten Riesen vornehmen. Soviel dazu, dass Drummond's Soldaten uns äh, Drummond's Soldaten uns nicht angreifen. Das werden sie nämlich immer tun. So, du musst weg, weil du blockierst den Weg zum nächsten Riesen. Die piksen mich ein bisschen, das kann ich aber eigentlich getrost ignorieren. Na gut, ihr habt's so gewollt. Äh, ich muss unten lang. Hier kommen mir jetzt gleich wieder die Königswachen entgegen. Die sind zum Glück aber auch One-Hit. Au. Ihr habt ihn da oben. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Riesen. Nämlich dem hier. Und davor hockt ein uns bekannter Freund. Und